Hallo und herzlich willkommen zu Ihrem täglichen Horoskop. Heute schauen wir uns die Bereiche Gesundheit, Karriere und Liebe an. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope hochgeladen. Um keine Horoskope zu verpassen, abonnieren Sie diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Gesundheit Wenn Sie Ihren Badezimmerschrank mit Produkten ausstatten möchten, mit denen Sie sich selbst verwöhnen können, ist eines der ersten Dinge, die Sie kaufen müssen, Teebaumüll. Dieses Öl hat beruhigende Eigenschaften für die Haut, einen unserer empfindlichsten anatomischen Bereiche. Viele Pflegeprodukte enthalten dieses wundersame natürliche Heilmittel, darunter Schaumbäder, Feuchtigkeitscremes, Deodorants und Shampoos. Teebaumüll hilft nicht nur bei der Pflege Ihrer Haut, sondern auch bei der Pflege Ihrer Nägel und Haare. Karriere Ihre rasante, intensive Energie der letzten Tage verlangsamt sich. Sie sind an einer Bodenwelle angelangt und werden aufgefordert, auf die Bremse zu treten. Kämpfen Sie nicht dagegen an. Akzeptieren Sie stattdessen die Tatsache, dass es das Beste ist, wenn Sie Ihr Tempo jetzt drosseln. Liebe Als ob Ihr Leben nicht schon rätselhaft genug wäre. Jetzt müssen Sie sich auch noch mit einer verwirrenden Planetenkonstellation herumschlagen, und die ganze Welt, und vor allem Ihr Liebesleben, scheint ein einziges riesiges Kaleidoskop zu sein. Vielleicht sollten Sie sich etwas Zeit nehmen, um allein zu sein und Ihre Gedanken zur Ruhe kommen zu lassen, damit Ihr Geist zur Ruhe kommt. Vielleicht verstehen Sie dann mehr über Ihren nächsten Schritt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Teilen Sie dieses Video gerne mit Ihren Freunden und Ihrer Familie. Hinterlassen Sie auch gerne ein Kommentar. Schauen Sie morgen wieder vorbei, um Ihr neues Horoskop zu sehen. Bis bald.